Offiziell herzlich willkommen. Daniel ist 25 Jahre alt, spielt die Positionen 2 und 3 in der Hauptsache, ist sehr flexibel auf diesen Positionen. Was ich gesehen habe, gefällt mir außer seinem exzellenten Wurf, vor allem seine gute Defense-Arbeit, die er bisher schon gezeigt hat und die wir sicherlich ganz dringend auch in der kommenden Saison brauchen werden. Daniel ist auch bereit, hier in der Nachwuchsarbeit noch ein bisschen mitzuhelfen bei uns und das freut uns natürlich alle sehr. Und wir wünschen dir und uns allen natürlich eine Top-Saison. Applaus